Servus Leute, Herzlich Willkommen bei einem neuen Video bei uns im Kanal. Leider hat es etwas lange gedauert. Erstmal sorry an der Stelle. Es gab ein paar technische Probleme mit dem Serveranbieter. Die ganzen E-Mails, die ihr geschrieben habt, wurden nicht zugestellt und wir mussten sie dann irgendwie auf einem Backup-Server zwischenlagern und haben sie jetzt zum Glück wiederbekommen. Es waren nicht ganz so viele Teilnehmer und es gab auch ein paar Teilnehmer, die einfach fünf oder sechs E-Mails geschickt haben und das ist halt auch so eine Sache, Leute, bitte nehmt halt nur einmal dran teil. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben den genommen, der am schnellsten war und der halt auch dementsprechend die richtige Lösung geschickt hat und die Lösung war natürlich, weißt du es noch, Stufi? Nein. Weißt du nicht mehr. Am liebsten zocke ich mit Headset. Genau, richtig. Ja, du weißt es noch. Natürlich weiß ich es noch. Also, und ich schaue jetzt hier gerade auf meine Liste. Der schnellste war ein Matthias Reumann. Der war wirklich sehr, sehr schnell. Der hat gleich nachdem das Video eigentlich online ging, glaube ich, so ein paar Stunden später die E-Mail losgeschickt und war recht fix. Also Matthias, du darfst dich glücklich schätzen. Du kriegst dieses Gaming-Headset hier für lau in schwarz, in der schönen schwarzen Variante. Stufi zeigt es mal, die weiße Variation, das ist die schwarze Variante. Bitte schreib uns nochmal eine E-Mail oder schreib uns eine PN oder Kommentar unter das Video, dann machen wir den Rest mit dir aus, mit Versand etc. Und du musst natürlich erst mal das Headset bezahlen und dann schicken wir es dir. Nein. Spaß beiseite. Also du kriegst es natürlich so einfach geschickt. Aber wir brauchen natürlich deine Adresse. Okay. Und deine Kontonummer. Genau. Und deine Bankleitzahl und die Einwilligung, dass wir von deinem Konto Geld abbuchen dürfen. Okay, Meister, dann sage ich vielen Dank, dass du mitgemacht hast und danke auch an alle anderen Teilnehmer. Schade, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ja, damit sind wir raus. Tschaußen. Servus. 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 Servus.